Die ersten 100 Tage. Ganz allgemein gilt der wunderschöne Satz, you can't enter too slow into a relationship. Sorry für meinen deutschen Akzent. Du kannst nicht zu langsam in eine Beziehung gehen. Eines der größten Probleme am Anfang ist der Druck, den einer der Partner vielleicht ausübt. Oft sind es die Männer. Derjenige, der verknallter ist, gerät leicht zu sehr in die unten Position in der Beziehung. Der andere ist in der oben Position und gibt das Tempo vor. Wenn du der Verliebtere bist, gib dem anderen Zeit, in seinem Tempo auf dich zuzukommen. Geduld ist eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Zeit, insbesondere wenn du von deinen eigenen Gefühlen übermannt wirst. Lieber erst einmal etwas zurückhalten, aber das betrifft nur die Phasen, in denen ihr euch nicht seht. Auf einem Date kannst du auch mal Vollgas geben. Wenn du dich gut fühlst, gibt es keinen Grund, das nicht auszudrücken. Aber bitte nicht alle fünf Minuten. Ich hatte Paare, die sich Sex aufsparen wollten, zum Beispiel für die Ehe. Die Wirkung ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Erstmal findet man viel zu spät raus, ob man überhaupt zueinander passt. Und dann versaut man sich den natürlichen Ablauf von Verführung und damit sein ganzes Sexleben. Also es ist okay, damit zu warten, aber irgendwie, irgendwann geht es beim Dating letztlich doch um Sex. Das nie zu tun, geht dann doch irgendwann gegen den Flow. WhatsApp und Telefon. Es ist natürlich wunderbar, immer mal eine verliebte WhatsApp mit 20 Herzen zu bekommen. Haltet euch aber lieber etwas zurück damit, bis ihr beide komplett verliebt seid. Du kannst leicht eine noch frische Beziehung komplett kaputt texten. Insbesondere Männer, die am Tag 50 WhatsApp schreiben. Am schlimmsten auch mit irgendeinem Angeberkram. Fotos vom Spiegel. Hab gerade am Airport eingecheckt. Gehe gerade ins Bad. Komm schnell komplett lächerlich rüber. Das gilt insbesondere, wenn du in der unten Position bist und mehr willst. Als Mann musst du in der Regel nur die ersten zwei bis drei Dates initiieren. Ab dann kommt eigentlich die Frau meist auf dich zu. Wenn du eine Regel brauchst, probiere diese aus. Mach noch nie das erste Date schon auf dem aktuellen Date. Warte danach, bis die Frau sich auf irgendeine Weise meldet und mach dann sofort das nächste Date aus. Dann geh weg von WhatsApp und Telefon. Aber antworte immer auf ihre Kontaktaufnahmen. Die Frau ist der Profi, was Bindungen schaffen angeht. Also in der weiblichen Polarität ist ja dieses Bindungen herstellen. Ein Auto kaufst oder verkaufst du auch nicht am Telefon. Die Beziehung wird über sich sehen vorangetrieben. Die Gefühle wachsen aber in der Zeit, wo man schweigen und nicht sehen vorherrschen. Besonders bei der Frau. Insofern verpasst du nichts, wenn du dich einen Tag oder ein paar Stunden mal nicht meldest. Du solltest aber nie eine Kontaktaufnahme komplett unbeantwortet lassen. Das tut nur unnötig weh. Wenn du eine WhatsApp schreibst, warte. Dating ist wie Tennis. Du spielst den Ball in das andere Feld und dann muss der Partner zurückspielen. Sonst spielst du irgendwann nur noch mit dir alleine. Eine grobe Daumenregel heißt, 60 bis 80 Prozent der Kontaktaufnahmen sollten von dem Obenpartner in der Regel anfangs der Frau erfolgen. Wenn es sich um eine, möchte mein Ex zurückhaben Situation oder eine Beziehungspause handelt. Sogar bis zu 100 Prozent. Ich weiß, das klingt paradox und ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich tun willst. Aber das sorgt dafür, dass der Obenpartner mehr engagiert ist, mehr ins Gleichgewicht kommt und investiert. Und das wiederum bedeutet, dass beide gleich verliebt bleiben. Das willst du doch, oder? Führt keinesfalls eine WhatsApp-Beziehung, bei der ihr über alles euch stundlich informiert. Was wollt ihr denn auf einem Treffen besprechen? Das ist total langweilig. So, als letztes noch Geschenke. Klar können kleine Aufmerksamkeiten liebevoll sein. Vielleicht bringt dir deine Freundin einen Muffin mit oder du ihr eine Blume, die du unterwegs gesehen hast. Aber Vorsicht bei größeren Geschenken. Das kommt leicht so rüber, auch wenn es keiner will, als wenn Sex gekauft wird. Oder als wenn du selbst nicht ausreicht. Es muss noch ein Kamel oben drauf gelegt werden. Je länger ihr erfolgreich zusammen seid, umso größer dürfen Geschenke sein. Also lasst Luft nach oben. Weniger ist hier oft mehr. Danke. Musik 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 Amen.